Die Armut in Deutschland wächst, vor allem bei Frauen und Kindern. In Deutschland gäbe es zwar ein Privatvermögen von 6,6 Billionen Euro, aber öffentliche Armut, so der Volkswirtschaftsexperte Bernhard Haupert auf der diesjährigen Diözesantagung des Sozialdienstes katholischer Frauen in Trier. Danach leben in Deutschland rund 11 Millionen Menschen unter der Einkommensgrenze. Der Ökonom betonte, die Not hierzulande habe vor allem politische Ursachen. Von den 422 Milliarden Euro Gewinn, den Unternehmen im Jahr 2007 erzielt hätten, seien lediglich 33 Milliarden Gewinnsteuer in den öffentlichen Haushalt geflossen. Insbesondere jedoch die 800 Milliarden Euro, die zur Rettung der Banken eingesetzt worden seien, hätten zu massiven Sparmaßnahmen in den Sozialhaushalten geführt. Haupert zufolge führe Armut oft zu Multiproblemlagen, wie Überschuldung, Trennung und Scheidung, psychische Probleme und Krankheit sowie soziale und kulturelle Ausgrenzungen.